Der Hapaflop reist in den Mythenwald. Von Michael Engler. Es liest Martin Baltscheid. Hapaflops leben seit ungefähr vier Millionen Jahren, drei Monaten und 17 Tagen unentdeckt auf einem sehr, sehr hohen Berg. Man kann sie auch gar nicht entdecken, denn der Berg ist wirklich sehr, sehr hoch und die Bergspitze meist von Wolken verhüllt. Der Wald am Fuß des sehr, sehr hohen Berges ist so dicht belaubt, dass man den Berg von dort aus fast nicht sehen kann. Außerdem lebt in dem Wald niemand, der sich dafür interessiert, was über ihm geschieht. Im Herbst, wenn die Bäume ihr Laub verlieren und man die Hapaflops sehen könnte, fliegen sie früh genug weg. Sie machen sich auf eine lange Reise in den Osten. Dort verstecken sie sich auf einem noch viel höheren Berg, der von noch viel mehr Wolken eingehüllt ist. Im Frühling kehren sie zurück und legen Eier, aus denen kleine Hapaflops schlüpfen. Wenn diese groß genug sind, fliegen auch sie im Herbst in den Osten und im Frühjahr zurück in den Westen. Wenn die Kleinen allerdings am ersten Herbsttag nicht fliegen können, lässt man sie allein zurück. Denn dass die Großen auf die Kleinen Rücksicht nehmen, kommt für Hapaflops nicht in Frage. Die Flügel des kleinen Hapaflops waren eigentlich groß genug. Aber fliegen konnte er damit noch nicht. So sehr er sich auch bemühte, es wollte ihm einfach nicht gelingen. Trotzdem übte er fleißig jeden Tag, bis die Sonne unterging. Denn er wusste, dass die Zeit knapp wurde. Als der kleine Hapaflop an diesem Morgen erwachte, fand er sich allein auf dem sehr, sehr hohen Berg. Er suchte und rief, doch die anderen gaben kein Lebenszeichen von sich. Da fiel ihm ein, dass heute der Herbst begann. Waren die Großen Hapaflops etwa ohne ihn in den Osten geflogen? Das konnte er nicht glauben. Also wartete er den ganzen Vormittag. Er wartete den ganzen Nachmittag. Er wartete sogar noch den ganzen Mittwoch. Aber die anderen Hapaflops kehrten nicht zurück. Am Donnerstag wusste er Bescheid. Er würde hier oben auf dem Berg sehr lange, sehr allein sein. Und im Winter, wenn Schnee liegt, wenn eisige Winde wehen und Blitz am Himmel zucken, wird es bestimmt noch viel einsamer werden. Bei diesen Gedanken fröstelte es den kleinen Hapaflop schon jetzt. Doch im nächsten Moment erinnerte er sich daran, wie er mal gehört hatte, dass man mit einem Freund viel weniger allein sei. Wenn man einen Freund hat, dann wird das Herz ganz groß, so sagte man. Und mit einem großen Herz konnte man vielleicht auch besser fliegen, überlegte der kleine Hapaflop. Er wusste nur leider überhaupt nicht, was ein Freund war. Wie sah er aus, so ein Freund? Wie roch er? Wie lebte er? Was aß er? Und die Frage aller Fragen, wo fand man so einen Freund? Während er über diese Fragen nachdachte, saß er auf dem höchsten Felsen und sah hinab ins Tal. Heute verdeckt nur wenige Wolken die Sicht. Tief unten erstreckte sich der riesige Wald, so weit in die Ferne, wie man überhaupt gucken konnte. Der Wald ist so groß. Vielleicht lebt darin sogar ein Freund. Kann ja sein, dachte der kleine Hapaflop. Und bevor ich hier oben allein versauere, kann ich genauso gut mal runterklettern und nachschauen, ob ich da unten einen finde. Für einen Hapaflop war das ein sehr mutiger Gedanke. Denn noch nie hat er in Hapaflop den Berg auf diesem Weg verlassen. Die Großen behaupteten nämlich, dass Hapaflops nicht klettern könnten. Dabei hatten sie doch nur Angst, es zu versuchen. Tatsächlich war der Abstieg für den kleinen Hapaflop sehr schwer und gefährlich und dauerte fast den ganzen Tag. Er musste aufpassen, dass er sich nicht an den scharfen Felskanten schnitt oder auf den lockeren Steinen ausrutschte. Als er zum ersten Mal in seinem Leben seine Füße auf einen Waldboden setzte, stand die Sonne bereits tief am Himmel. Der Wald wirkte unheimlich, denn der kleine Hapaflop kannte ja nur Himmel, Felsen und unendliche Stille. Außerdem konnte er dort oben bei gutem Wetter fast bis ans Ende der Welt sehen. Hier unten konnte er nur bis zum nächsten Baum gucken oder bis zum nächsten Gebüsch. Und das war nicht weit. Überall stand etwas im Weg. Büsche, Sträucher, Farnkraut, kleine Bäume, große Bäume. Alles war grün und weich und voll merkwürdiger Geräusche. Es zwitscherte und knarzte und knackte. Da in diesem Gebüsch war ein besonders unheimliches Geräusch. Beinah so, als würde jemand versuchen, einen Baum umzustoßen. Hallo, rief der kleine Hapaflop. Niemand antwortete. Dafür wurde das unheimliche Geräusch noch lauter. Beinah so, als würde jemand versuchen, zwei Bäume umzustoßen. Der kleine Hapaflop ging ein paar Schritte zurück und rief nochmal. Wieder antwortete niemand. Da nahm er einen Stock und warf ihn in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Er wollte nämlich endlich wissen, was solchen Lärm machte. Au! Rief etwas und stürzte aus dem Gebüsch. Es war groß und braun und sah gefährlich aus mit seinen kleinen Augen und der großen Schnauze. Friss mich nicht, flehte der kleine Hapaflop. Denn davor hatte er am meisten Angst. Wahrscheinlich hat jeder am meisten Angst davor, von einem großen braunen Ding mit einem riesigen Maul gefressen zu werden. Warum sollte ich dich fressen? Fragte das große braune Ding. Du siehst hungrig aus. Ja, das ist wahr, aber ich esse fast nur Honig, sagte es. Nach einigem Nachdenken fügt es noch hinzu. Oder Gemüse und Nüsse. Fische und Spinat und Kirschen und Pilze und Birnen und Kürbis auch. Aber am liebsten Honig. Den wollte ich gerade sammeln. Aber da ist ein Stock vom Himmel genau auf meinen Fuß gefallen. Und der tut jetzt ganz schön weh. Das war ich. Und es tut mir sehr leid. Gab der kleine Hapaflop leise zu. Warum machst du sowas Dummes? Fragte das große braune Ding. Weil ich Angst hatte. Sagte der kleine Hapaflop. Na jetzt hast du keine Angst mehr. Der kleine Hapaflop nickte. Aber mir tut jetzt der Fuß weh. Ich möchte das gerne wiedergutmachen. Sagte der kleine Hapaflop. Setz dich einfach nur hin. Ich suche etwas zum Verbinden. Ich bin ein Bär und heiße Tatz. Und was bist du? Fragte Tatz, während der kleine Hapaflop nach Zweigen, Gras und Rinde suchte. Ich bin ein Hapaflop und Hapaflops haben keine Namen. Hapaflop antwortete der kleine Hapaflop. Tatz fand es sehr merkwürdig. Und gar nicht richtig, dass jemand, der so nett war, keinen Namen hatte. Deshalb entschied er dem kleinen Hapaflop einen Namen zu geben. Und zwar auf der Stelle. Ich nenne dich Flop. Was hältst du davon?